Bei Soulmask geht's in die Tiefe. Nein, nicht so, sondern so. Denn in dem neuen Survival-Spiel gibt's eine ganze Reihe von verknüpften Spielmechaniken, die das Sandbox-MMO zusammenhalten sollen. Ihr könnt wilde Tiere zähmen und auf ihnen reiten, aber auch verfeindete Barbaren gefangen nehmen. Im Gegenzug für Kost und Logis treten die dann eurem eigenen Stamm bei und kümmern sich fortan um die zahlreichen Handwerksaufträge zum Ausbau eurer heimischen Basis. In der unbarmherzigen Welt von Soulmask lasst ihr so eure frei platzierbare und stetig wachsende Basis immer weiter in Anführungszeichen automatisieren. Von einer modernen Gesellschaft mit humanistischen Werten ist das Fantasy-Reich von Soulmask dabei selbstredend weit entfernt. Dennoch müsst ihr euch um die verletzten Feinde kümmern, sie wieder aufpäppeln und fortan ihre Bedürfnisse befriedigen, wenn sie für euch kämpfen und arbeiten sollen. Ihr verwaltet ihre Talentbäume und könnt später sogar mit ihnen die Rollen, sprich euren Spielcharakter tauschen. Während sie dann die heimischen Werkbänke besetzen, habt ihr wieder Zeit, die Spielwelt zu erkunden. Die besteht derzeit aus fünf Biomen mit jeweils eigener Flora und Fauna und ist gespickt mit geheimnisvollen antiken Pyramiden, in denen ihr große Bosse besiegt und eure namensgebende Maske um mächtige Upgrades erweitert. Bevor es aber tatsächlich ins Abenteuer geht, schickt euch das Entwicklerteam von Campfire Games erstmal in den Charakter-Editor. Hier passt ihr Aussehen und Geschlecht eurer Spielfigur an und findet in einer kleinen Zwischensequenz auch schon die mysteriöse Maske, die euch Zugriff auf zwei der wichtigsten Progressionssysteme gibt. Mit den überwiegend passiven Masken-Upgrades schaltet ihr schnelleren Erfahrungsgewinn oder neue Spielmechaniken wie den erwähnten Rollentausch frei. Im angrenzenden Forschungsbaum lernt ihr dagegen von der steinzeitlichen Spitzhacke bis zum beheizten Jacuzzi ein immer breiter werdendes Geflecht aus Baumöglichkeiten. Zunächst aber sammelt ihr in klassischer Survival-Manier Stöcke und Steine vom Boden auf, wagt euch mit ersten Waffen und Werkzeugen tiefer in den Dschungel des dicht bewachsenden Startgebiets und errichtet eine bescheidene Hütte als Lager- und Respawn-Punkt. Sterbt ihr nämlich in Zoolmaske, habt ihr nur 30 Minuten Zeit, eure am Ort des Unglücks liegen gelassene Ausrüstung zu retten. Bevor ihr euch also zu weit von eurem Heimathafen entfernt, solltet ihr das Limit von 6 Außenposten ausnutzen und hier und da ein Feuerchen hinterlassen. Aber nicht das Dach vergessen, sonst vermiest euch noch der Regen die nahe Wiedergeburt. Mit zunehmendem Spielverständnis werden dann nicht nur die Tode seltener, sondern auch die Ambitionen größer. Ihr macht euch auf die Suche nach neuen Rohstoffen und Antworten auf kampfstarke Gegner, immer begleitet von der Frage, was wohl hinter dem nächsten Hügel liegt. Die Feinde im Spiel, egal ob Tier oder Mensch, erfordern ein bisschen Vorbereitung und eine gewisse Anpassungsfähigkeit vom Spieler. Raubkatzen springen euch beispielsweise bevorzugt aus dem Hinterhalt in den Rücken. Auch Adler, Krokodile, Wolfsrudel und viele weitere tierische Prädatoren verlangen individuelle Kampftaktiken. Nur wer auch mal umdenken kann, hat im Dschungel eine Überlebenschance. Je gefährlicher eure Beute, desto nützlichere Handwerksmaterialien könnt ihr aus ihr herausziehen. Von den großen Elitebestien sowie den beschworenen Pyramidenbossen dürfen sich erfolgreiche Jäger sogar Trophäen an die Wand hängen. Die Bosskämpfe sind dabei das Finale eurer fortschreitenden Meisterschaft über ein Biom. Mit Level 20 stellt ihr euch im Schatten der ersten Pyramide einem zähnefletschenden, einäugigen Säbelzahntiger. Er umkreist euch bedrohlich, nur um euch dann blitzschnell anzuspringen. Noch gefährlicher aber ist der weiße Gorilla, dem ihr deutlich später entgegentretet. Er springt im Kampf auf Bäume oder reißt Stämme aus, um euch damit zu verprügeln. Zudem schleudert ihr euch Steinbrocken und seinem Manns hohen Fäuste entgegen. Zur Belohnung gibt es jeweils ein einzigartiges Maskenupgrade sowie besonders seltene Rohstoffe. Und wem die gefährlichen Riesenbestien zu leicht waren, kann sie im Anschluss noch in zwei schwereren Varianten beschwören. Weitere Maskenbauteile und eure ganz eigene antike Maskenmodifikationsstation erbeutet ihr in den uralten heiligen Ruinen. Sie liegen häufig in den tiefen versteckten Hüllen-Dungeons und werden von mysteriösen Metallkolossen bewacht, deren fast undurchdringliche Panzerung ihr erstmal mit korrodierenden Säuren schwächen müsst, bevor sie Schaden nehmen. Nach und nach erkämpft ihr euch so Zugang zu insgesamt sechs verschiedenen Maskentypen, in die sich jeweils noch sechs Perksteine einsockeln lassen. Den Anfang macht eure Starkmaske, die insbesondere eure Levelgeschwindigkeit erhöht. Die anderen fünf würden wir grob in die Kategorien Sterbeschutz, Stealth, Bogenmeister, Schildtank und Heerführer einteilen. Letztere verbessert vorrangig eure NPC-Begleiter, zu denen wir gleich noch kommen. Neben all den tierischen und mechanischen Bestien trefft ihr auch häufig auf menschliche Widersacher. Sie unterteilen sich in die drei eingeborenen Stämme Flint, Fang und Claw. Letztere sind besonders kampfstark, während man sich bei den Flints auf Verteidigung und Lebenspunkte und bei den Fangs auf die verschiedenen Resistenzen spezialisiert hat. Im direkten Zweikampf sind es aber vor allem die acht Waffentypen, vom Bogen über Speer und Schild bis hin zum großen Kampfhammer, die euch verschiedene Herangehensweisen abverlangen. Jede Waffengattung verfügt über eigene Animationssets, Spezialangriffe und Manöver. Es gilt mit Ausweichsprüngen und richtig getimter Abwehr den schlimmsten Schaden abzufedern und die Momente abzupassen, in denen ihr zum Gegenschlag ausholen könnt. Setzt ihr euren Block erst im Moment des Angriffs an, öffnet sich die feindliche Verteidigung sogar für besonders inszenierte Konterattacken. Und schafft ihr es euch in den Rücken eines Kontrahenten zu schleichen, geht's nicht weniger zimperlich zu. Das Waffenarsenal der Gegner inklusive der damit verbundenen Spezialangriffe steht euch natürlich auch zur Verfügung. Die Kämpfe gegen die verschiedenen einheimischen Stämme sollen euch also auch dazu inspirieren, mal einer anderen Waffenkombi eine Chance zu geben. Den besseren Umgang mit den 8 Waffenklassen und 14 Handwerksdisziplinen erlernt ihr beim Benutzen. Je mehr ihr schlagt, hackt und bastelt, desto größer euer Verständnislevel. Bei den Stufen 30, 60, 90 und 120 schaltet ihr dann jeweils eine neue Spezialattacke oder einen Effizienz-Perk frei. Etwa ein schneller Schuss mit dem Bogen, bei gleichzeitigem Rückwärtssprung oder mehr Ertrag bei der Ernte. Eine komplette Übersicht über sämtliche verfügbaren und freischaltbaren Rezepte sowie die Zusammenhänge zwischen Rohstoffen und herstellbaren Items gewährt euch das Suchfeld in eurem Inventar. Ihr habt einen Kürbis gefunden, wisst aber nicht, wie ihr selbst welche anpflanzen könnt? Einfach kurz Kürbis eingeben, schon sagt euch das Spiel, an welchem Handwerksdisch ihr daraus die Samen extrahiert. Die Beschreibung der Samen verrät, welchen Dünger und welche Temperaturen die Pflanze bevorzugt. Die Bauanleitung für die nötige Malstation und das eigentliche Beet ist auch nur eine Suchanfrage entfernt. Das Eingabefeld sagt euch außerdem, wo bestimmte Rohstoffe zum Einsatz kommen. So ist sofort klar, dass die von Barbarenlagerbossen eingesackten Silber- und Goldschmuckstücke nur zum Einschmelzen taugen. Erbeutet ihr dagegen etwas Mineralöl, erfahrt ihr nach einer Sucheingabe im Inventar, wie ihr dieses Öl auch selbst herstellen könnt und dass sich damit unter anderem mächtige Modifikationen für eure Ausrüstung herstellen lassen. Das Crafting-System ist mit seinen Bauteilen, Upgrades und Rohstoffketten dabei grob in Epochen unterteilt. Die Materialsprünge von Stein zu Knochen, zu Bronze, zu Eisen und so weiter sind dabei eng mit eurer Erkundung der Karte verknüpft. Wertvollere Rohstoffe liegen in weiter entfernten Regionen und werden von höherstufigen Feinden bewacht. Auf euren Reisen durchstreift ihr mit der Zeit fünf Biome. Dschungel, Sumpf, Wüste, Vulkan und Schneelandschaft. Dabei müsst ihr darauf achten, genug Verpflegung mitzunehmen, denn bei zu starkem Hunger oder Durst verschwimmt erst eure Sicht und wenig später verliert ihr das Bewusstsein. In der Regel reichen aber ein Süppchen oder zwei, um durch die 24 Stunden eines Spieltags zu kommen. Wer nicht alle Strecken zu Fuß ablatschen will, sollte sich aber möglichst bald ein eigenes Reittier zähmen. Am einfachsten ist es, ein Alpaka-Jungtier aus den Gehegen der Barbaren zu mobsen und es anschließend selbst hochzupäppeln. Nach etwas Zeit und Fürsorge ist das Tier groß genug für einen Sattel. Das erhöht nicht nur eure Reisereichweite, sondern verfünffacht auch eure Tragekapazität. Habt ihr das zentrale Schnellreiseportal eines Bioms entdeckt und mit erbeuteten Kristallen aktiviert, erspart das ebenfalls viel Reisezeit. Wer leichter beladen und dafür einen Gang schneller unterwegs sein möchte, schnappt sich einen jungen Jaguar. Das erfordert allerdings einen gewissen Spürsinn, mitgebrachte Fallen samt Köder und viel Geduld. Später dürft ihr auch auf anderen tierischen Begleitern wie Lamas und Straußen reiten. Lamas können besonders viel schleppen, inklusive junger Tiere und gefangener Barbaren, wohingegen sich Straußen wagemutig von Klippen stürzen, um unter heftigen Flügelschlägen ohne Schaden zu landen. Die Wahl des Reitbahnuntersatzes hat also eine taktische Komponente. Moment mal, gefangene Barbaren? Richtig, wie eingangs erwähnt könnt ihr in Soulmask tatsächlich NPCs mit der Kraft eurer Maske ausknocken und ins Eigenheim verschleppen. Dafür müsst ihr sie an den Rande des Todes bringen und sie rechtzeitig per Tastendruck ergreifen. Jetzt könnt ihr die bewusstlosen Widersacher davontragen und mit flüssiger Nahrung so lange umsorgen, bis sie ihre alten Stammeszugehörigkeit abschwören und stattdessen dem euren beitreten. So lassen sich in der rauen und oft unmenschlichen Fantasywelt von Soulmask mit der Zeit Dutzende zunächst unfreiwillige Helfer einsammeln, die gerade den Einzelspieleralltag deutlich erleichtern. Seltener kann euch aber auch ein zugelaufener NPC direkt um Aufnahme bitten. Alle computergesteuerten Figuren kommen dabei mit individuellen Stärken und Schwächen, die ihr euch nach einigen Masken-Upgrades in einer Art Scan-Modus auch vor dem Einsacken oder Rekrutieren ansehen dürft. Manche sind geborene Kämpfer und Wachen, andere begnadete Gärtner und so weiter. Ihr könnt zum Beispiel nach einer erfolgreichen Beutetour euer vollbepacktes Alpaka beim passenden NPC vorfahren und dem KI-Charakter alles Zinn und Kupfererz vor die Nase packen, damit er daraus in den nächsten Stunden Barren macht. Das gibt euch Zeit für weitere Basen-Upgrades zu sorgen oder gleich zur nächsten Erkundungstour aufzubrechen. Ihr könnt euren Stammesmitgliedern übrigens auch neue Namen oder sogar Titel verpassen. Außerdem werden sie, genau wie ihr, bei allem was sie tun kontinuierlich besser und ihr könnt auch ihre Talentbäume verwalten. Habt ihr den ersten Pyramidenboss besiegt, könnt ihr sogar die direkte Steuerung eurer Stammeskollegen übernehmen. Anstatt den mitgebrachten Hühnen mit dem Zweihandhammer, also nur von außen zuzusehen, wie ihr eure Feinde zermalmt, könnt ihr ihn kurzerhand direkt steuern und dabei laut SMASH rufen. Außerdem soll Meisterschmied wohl und ja keinesfalls wegen Mangelernährung den Hammer an den Nagel hängen. Die langfristige Stimmungslage eurer Mitmenschen ist entscheidend dafür, wie lange euer Stamm auch ohne eure Intervention funktioniert. Eine ausgewogene Ernährung aus Fleisch, Gemüse und Früchten bildet da nur eins der Mosaikstückchen. Selbst Körperhygiene ist euren KI-Begleitern wichtig. Die eigenen Stammesmitglieder sowie die Nutz- und Reittiere wollen also gut verpflegt sein. Doch auch das lässt sich automatisieren. Die nötigen Forschungsupgrades vorausgesetzt, weist ihr eure Helfer den Ställen, Farmen und Kochstationen zu. Ein manuelles Quest-Erstellungsmenü lässt euch an jeder Handwerkstation einmalige oder in beliebigen Zeitintervallen zu wiederholende Aufgaben eintragen. Außerdem könnt ihr euren Stammesmitgliedern auch selbst eine Vielzahl von Quests mit verschiedenen Prioritäten und Zielsetzungen mitgeben. Etwa das Sammeln von 300 Holzstämmen und das anschließende Platzieren im heimischen Lagerfeuer. Das zentrale Feuer ist nämlich besonders wichtig, denn es stützt all eure Gebäude nur so lange vor dem Verfall, wie es brennt. Eine altbekannte Mechanik, um die Basen inaktiver Spieler und Clans automatisch zerbröseln zu lassen. Nur ein entsprechend organisierter Stammeshaushalt kann das in Soulmask verhindern. Euer Helfer mit dem grünen Daumen zermahlt Zutaten, mischt neuen Dünger an, bepflanzt nach euren Vorgaben die Beete, kümmert sich um Unkraut und Insekten und erntet gleichzeitig die Felder ab. Den Ertrag packt ihr in eine der Gemeinschaftskisten, so dass Koch und Alchemist später zugreifen können. Eure Stallmeisterin schnappt sich schließlich das fertige Tierfutter und füllt es zusammen mit frischem Wasser vom selbstgebauten Brunnen in die Tröge der Truthänne und Cappybaras. Sie produzieren euch wiederum kontinuierlich Dung für die nächste Aussaat, Federn für neue Pfeile und Eier fürs Frühstück. Stößt ein Stall an seine Kapazität, schlachtet der verantwortliche NPC ein paar Tiere für frisches Fleisch und andere Rohstoffe. Je genauer ihr die einzelnen automatisierten Kreisläufe kalkuliert, desto geschmeidiger läuft eure heimische Produktion. Und je höher das zuständige Talent des eingeteilten NPCs, desto höher der Ertrag oder besser die Qualität. Nichts geht über eine legendäre Waffe vom eigenen Hofschmied. Damit im erwähnten Stall aber überhaupt was los ist, müsst ihr euch erstmal mit ein paar Fallen auf die Pirsch machen. Babytruthähne sind sehr schreckhaft und tappen nur in die kleine Falle, wenn ihr sie unbemerkt samt Köder in ihrer Nähe platziert habt. Für die wasseraffinen Cappybaras gilt das gleiche, nur dass ihr hier eine mittlere Falle mitbringen müsst. Anschließend tragt ihr auch sie nach Hause, dürft sie für kurze Kämpfe aber absetzen, ohne dass sie gleich davonlaufen. Wird es dann Zeit, die eigenen vier Wände mal wieder zu vergrößern, könnt ihr unbeschädigte Gebäudeteile und Werkbänke einfach in euer Inventar stecken, bis die neuen Räume und Nebengebäude bereit und die Sicherheitsvorkehrungen verschärft sind. Wohnt ihr im Startgebiet noch vollkommen sicher, müsst ihr euch nämlich in euren Außenposten oder eine näher an die Kartenmitte versetzten Basis auch gegen Angriffe verteidigen. Ein in der Alpha noch sehr langsam volllaufender Balken informiert euch dabei jederzeit über die Frist bis zum nächsten Überfall. Müsst ihr dann noch schnell das eine oder andere Gebäude hochziehen, erleichtert eine Snap-Funktion die Konstruktion und Anordnung von Mauern, Fallen und Spießen. Knüpft ihr eure erste Behausung noch im Inventar aus Stroh zusammen, geht es für Holz und später Steinbauteile an die Gebäudewerkbank. Hier lasst ihr Steinziegel meißeln und zu Fundamenten, Wänden, Dächern, Treppen, Säulen und Zäunen weiterverarbeiten. Und natürlich zu den erwähnten Abwehrmechanismen wie Fallgruben. Habt ihr ein Bauelement ausgewählt, lässt es sich oft per Knopfdruck in andere Varianten verwandeln. Ihr braucht also nicht extra Wände mit Fenster- oder Türaussparungen herstellen, sondern modifiziert die vorhandenen Wandstücke so, wie ihr es braucht. Sofern ihr für genügend stützende Elemente sorgt, könnt ihr auch problemlos riesige, mehrstöckige Prachtbauten errichten. Wo ihr das macht, ist ganz im Sinne des Sandbox-Gedankens euch überlassen. Außer natürlich, andere Spieler sind euch zuvor gekommen und haben den hübschen Klippenvorsprung schon vor euch bebaut. In der Online-Variante von Soulmask siedelt ihr nämlich gemeinsam oder in Konkurrenz mit bis zu 70 anderen Maskenträgern pro Server. Davon dürfen sich maximal 20 Spieler in einem Stamm versammeln und gemeinsam mit bis zu 50 NPC-Helfern umherstreifen. Sogar großflächiges PvP und Angriffe auf Spielerbasen sind für die Vollversion geplant, doch dafür müssen Interessierte mit selbst errichteten Portalen explizit auf einen PvP-Server teleportieren. Im regulären PvE-Part besteht dagegen keine Gefahr, dass jemand eure Basis niederbrennt, NPCs entführt und Truhen leert. Auch private LAN- und Online-Server sollen unterstützt werden und sich an den eigenen Geschmack anpassen lassen. Wer die gesamte Spielwelt ganz für sich allein haben will, kann aber auch offline ins Abenteuer starten. Zum Steam Next Fest gab es auch schon eine spielbare Demo zu Soulmask. Ob es nochmal eine weitere Demophase oder eine Beta gibt, wissen wir aktuell noch nicht. Das Spiel soll aber auf jeden Fall noch dieses Jahr in den Early Access starten. Außerdem haben die Entwickler im Forum schon jetzt auf Vorschläge aus der Community reagiert, etwa was Quality of Life Verbesserungen oder die Verfallsrate von Gebäuden betrifft.